Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Real Mobile Games Review und heute zeige ich euch Rolly Vortex. Erstmal, was ist Rolly Vortex? In Rolly Vortex spielt ihr einen Ball, dieser rollt durch eine Art Rohr oder was auch immer das sein soll, ich bin mir da nicht so sicher. Und ihr müsst Hindernissen ausweichen, bis ihr ans Ziel kommt oder im Endlosmodus, bis ihr sterbt. Und das war's. Ich weiß, es klingt sehr spannend. Glaubt mir, das ist es auch. Und damit kommen wir auch direkt zur Steuerung. Denn ihr packt euren Finger auf den unteren Rand des Bildschirms, da wo es euch angezeigt wird, und dann bewegt ihr den Finger nach links und rechts. Je nach Richtung halt. Ziemlich selbsterklärend. Und da gibt es von mir auch schon einen Sternabzug, weil das einfach nicht richtig funktioniert. Denn sobald der Ball zum Beispiel an der Wand ist und ihr euren Finger neu ansetzen müsst, weil euer Finger am Rand des Handys ist, das heißt, ihr könnt da nicht mehr weiter steuern. Also nehmt ihr den Finger wieder zurück zur Mitte vom Handy, um dem Ball zu sagen, dass er weiter nach rechts soll. Aber das Spiel erkennt das falsch und steuert ihn dann beispielsweise nach links, in die Richtung, in die ihr ihn nicht haben wollt. Ich hab keine Ahnung, wer sich dieses bescheuerte Spielprinzip ausgedacht hat. Ich meine, Tasten unten rechts und links für nach rechts gehen, nach links gehen, hätten vollkommen ausgereicht. Ich weiß nicht, warum man da unten mit dem Finger sliden muss, wenn es nicht richtig funktioniert. Mann, ich konnte nicht nach oben steuern. Spiel, hallo, Alter. Oh, das geht mir so auf die Eier, ich hunge, ey. Oh, fucking Werbung, Alter. Alter, das Spiel, das ist nicht fertig. Oh, halt die Fresse, ich spiele. Was ist das? Geht zu, hallo. Ja, soll ich noch nix zu machen? Mann, Alter, ey, das ist eine Scheiße, ohne Mist. Oh. Mehr gibt es zu der Steuerung auch nicht zu sagen. Kommen wir zum Gameplay. Das Gameplay ist, unterschiedlichen Dingen ausweichen. Dabei gibt es drei Schwierigkeitsstufen, Easy, Medium und Hard. Bei jedem Schwierigkeitsgrad gibt es dann noch 15 Level, also insgesamt 45 Level. Diese kann man alle abschließen und dann hat man das Spiel auch schon durch. Dann gibt es noch den Endlos-Modus, wo ihr einfach nur euren eigenen Highscore aufstellen könnt und komische rote Smaragde sammeln könnt oder Diamanten. Die sind übrigens Währung in dem Spiel. Aber erstmal konzentrieren wir auf das Level, bevor wir zu der Währung kommen. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, wow, geil, Level-System, das klingt cool. Nein, ist es nicht. Wenn ihr ein Level aufsteigt, dürft ihr an einem Glücksrad spielen und durch das Glücksrad könnt ihr neue Diamanten bekommen. Mehr gibt es da nicht zu tun. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wow, Diamanten, was kann ich denn damit Spannendes machen? Ich sag's euch, damit könnt ihr euch neue Skins kaufen für euren Ball. Wow, ist das nicht geil? Das hab ich mir schon immer gewünscht. Und mehr gibt's zum Gameplay auch nicht zu sagen. Es ist Dingen ausweichen. Deswegen kommen wir jetzt zur Grafik und zum Sound. Die Grafik sind farbige Kreise, Würfel und andere Objekte. Das war's. Ich weiß nicht mehr, ob man das Grafik nennen kann. Da gibt's keine Abwechslung in den Leveln. Es sieht jedes Level gleich aus, egal welchen Schwierigkeitsgrad ihr nehmt. Es ist einfach arschlangweilig. Die Grafik ist also anwesend, aber sie ist nicht gut. Sie ist quasi einfach nur ein Mittel zum Zweck. Man hätte farbig die Level ändern können. Man hätte so viel coole Sachen machen können. Aber es wurde nichts damit gemacht. Es sind farbige scheiß Blöcke und andere. Dein Ball kannst du ändern, ey. Das ist ja super geil. Aber kommen wir jetzt zur Musik. Denn die Musik gibt es nicht. Obwohl ich hier echt sagen muss, dass die Musik wirklich was hätte reißen können. Ich mein, guckt euch zum Beispiel das Spiel Geometry Dash an. Aber nein, hier wurde auf sämtliche Musik verzichtet. Aus Gründen, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Musik hätte hier einiges reißen können und das Spiel viel spannender machen können. Aber gut. Kommen wir zum Sound. Der Sound ist wirklich furchtbar. Ich mein wirklich, er ist grauenhaft. Ist das, wenn ihr Knöpfe drückt, das klingt wie ein Wecker, wenn man die Menüs schnell öffnet und schließt. Wirklich, ich mein... Hört euch das mal an! Sagt mal, hast du dein Wecker schon wieder an? Nein, Mom. Ich spiele Rolly Vortex. Ach so. Ich bin ganz ehrlich, mit guter Musik hätte das Spiel noch ein bisschen was reißen können. Aber so ist es einfach nur furchtbar. Macht bloß den scheiß Sound aus, wenn ihr das Spiel spielt, damit eure Ohren nicht absterben. Das ist ja grauenhaft. Ich zeig mal jetzt ein Beispiel, wie ich mir vorstelle, wie das Spiel mit Musik hätte sein können. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Spiel aussieht ohne diese Musik. Es ist super geil, oder? Fantastisch. Top. Jetzt kommen wir noch zu den Im-App-Käufen und wie sich das Spiel finanziert. Werbung entfernen kostet 3 Euro. Ansonsten gibt es am unteren Rand Werbung. Und zu 99% nach dem Scheiß-Tod kommt fucking Werbung, ey. Das ist wirklich extrem mit der Werbung, ey. Aber ihr könnt auch, indem ihr Werbung guckt, wie gesagt Level aufsteigen. Oder indem ihr Werbung guckt, an der Stelle, an der ihr gestorben seid, sofort weiterspielen. Werbung scheint hier jede Menge zu regeln. Aber es gibt einen Pluspunkt von mir. Das Spiel ist offline spielbar. Ich weiß, es ist verrückt. Der Datenvolumenverbrauch, um den auch noch anzusprechen, ist knackige 91,4 MB, wenn ihr das Spiel eine Stunde am Stück spielt. 91,4 MB in einer Stunde. Aber macht euch mal keine Sorgen, weil das Spiel ist so kacke langweilig, dass es keine Sau eine Stunde am Stück spielt. Ich wäre selber dabei fast gestorben, als ich es eine Stunde am Stück gespielt habe, um zu gucken, wie viel der Scheiß-Datenvolumenverbrauch ist, ey. Furchtbar. Mit dem tollen Sound, das war super. Eine tolle Erfahrung, ey. Echt klasse. So, kommen wir jetzt zum Fazit. Ich weiß nicht, für wem das Spiel gedacht ist. Ich dachte am Anfang, es ist zum Einschlafen, weil das Spiel ist so ruhig und langweilig. Und man kommt langsam an den Gegenständen vorbei. Der Counter geht langsam höher. Das ist halt wie Schafe zählen. Aber der Wecker-Sound macht das Ganze einfach zunichte, weswegen ich denke, dass es nicht für Leute zum Einschlafen gedacht ist. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das Spiel ist halt echt arschlangweilig. Der Sound ist richtig schlecht. Musik gibt's nicht. Die Steuerung funktioniert nicht richtig. Die Grafik ist nur mittel zum Zweck. Das Spiel bekommt von mir einen halben Stern. Plus den Bonus-Stern natürlich. Und damit ist es auf demselben Level wie Hybrid-Animals. Wobei ich eigentlich schon fast mehr Spaß hatte bei Hybrid-Animals. Weil bei Hybrid-Animals die Bugs so lustig waren. Naja, ist ja auch egal. So Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das nächste Spiel wird wieder besser. Und haut rein. Hier haben wir noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. NOT desertbatten. Nichts? Vielen Dank.